Das ist interessant, dass man das mal mechanisch anschieben muss. In Deutschland würdest du sowas nie zugelassen kriegen. So was? Die Dinger fahren aber zu haupt in Deutschland, die fahren doch zu haupt in Deutschland. Ja, aber so mit dieser Mechanik und mit dem anderen? Ja. Echt? Ja, fast jeder zweiten Kirmeschnitt so ein Ding. Es gibt genau einen Typ, den Apple oder nicht? Ich frage, vom Zustand her. Doch, doch, ja, ja. Der ist aber nur süffig, ansonsten ist er in einem guten Zustand. Die Dinger ist nicht so, dass es nicht so ist. Sie haben einen Punkt, das wir jetzt haben. Die Dinger auf der Dinger sind, und da wird es nur süffig. Hier gibt es von Köln. Und das wird jetzt schön. Guck mal. Na, irgendwie. Dich, das wird wohl nicht sagen. Ja, ich weiß nicht. Achtung! Achtung! En nem gelendi!